Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Wenn ihr den einen oder anderen Vogel singen hört oder mal ein Auto hupen oder ein Kind vor Freude schreien, dann wisst ihr, ihr seid in der Duisburger Altstadt bei Durian auf der Terrasse. So, mir zur Seite sitzt heute nicht die Annika, nein, heute sitzt der Benjamin hier. Hallo Benjamin. Dankeschön, Frank. Du warst auch jetzt schon ein paar Wochen eigentlich nicht mehr beim Podcast. Nee, da war ja mal so eine Pause, wo du dann quasi die Folgen alle alleine gemacht hast. Aufgrund von Corona. Ja, ja, so Abstand und sowas. Und jetzt haben wir ja hier so ein schönes, großes, also benutzen wir diesen schönen, großen Raum hier draußen. Diesen großen Terrassenraum hier draußen. Konferenzraum an der Terrasse, wo unsere Technik durchläuft. Ja, das ist ein Hammer, oder? Was wird man als nächstes erfinden, fragt man sich. Was man da alles für Möglichkeiten hat, ne? Unglaublich. Das ist echt irre. Aber wir wollen gar nicht über unsere eigenen Möglichkeiten heute sprechen, sondern wir haben noch einen Gast, ne? Vielleicht stellst du unseren Gast heute mal vor. Ja, und mir zur Seite sitzt der Werner Boschmann aus Bottrop. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder nach Duisburg kommen durfte. Das ist schön für euch Bottropper, oder? Ja, so aus Bottrop rauszukommen ist ja doch immer wie so, als wenn man von der Hölle ins Paradies kommt. Ja, das ist richtig. Ich freue mich. Das ist ganz toll. Werner, du bist schon zum zweiten Mal hier, ist das richtig? Ja. Du warst, glaube ich, unser aller, allererster Talkgast. Das ist richtig. Und jetzt bist du unser Talkgast Nummer 46. Wahnsinn, ja. 1 und 46 gibt zusammen 47 und 47, wissen wir ja aus der Zahlenlehre, bedeutet was? Ich kenne nur 4711. Sisse? Hat er bestanden, den Test? Nein, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat die 47 irgendeine komische Bedeutung. Aber ist ja egal. Wir wollten heute gar nicht über Zahlenmystik sprechen, sondern über einerseits Buchmachen in Corona-Zeiten. Und dann gibt es ein neues Buch, oder es gibt mehrere neue Bücher von dir, aber ein ganz besonderes Buch. Und zwar Tiergeschichten aus dem Ruhrgebiet. Und das macht besonders Sinn, dass der Benjamin auch dabei ist, weil der Benjamin hat Illustrationen für dieses Buch gemacht. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Ich kann es nicht verleugnen. Du kannst es nicht verleugnen. Also zum Beispiel die Cover-Illustration ist von mir. Sehr cool. Und da sieht man Tiere in einer Badewanne. Warum sind die denn in einer Badewanne? Das ist eine fliegende Badewanne. Die fliegen mit dieser Badewanne durch die Gegend. Ah. Und der Herr Verleger, was sagt der zu der fliegenden Badewanne? Eine wunderschöne Idee. Die Geschichte von Benjamin, die geht nämlich durch das ganze Buch. Die fängt vorne am Cover an und hört hinten am Cover auf. Das versteht man aber erst, wenn man das Buch gelesen hat, oder? Das ist korrekt. Ah, ist eine grandiose Idee. Habe ich noch nirgendwo so gesehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Wovon handeln denn diese ganzen Geschichten außer von Tieren? Also da wird ja wahrscheinlich ein Subtext sein. Es geht einerseits um Tiere im Ruhrgebiet, die mit Menschen was zu tun haben. Aber auch umgekehrt mit Menschen, von Menschen, die mit Tieren was zu tun haben. Das heißt, einerseits agieren die Menschen gegenüber den Tieren und andererseits agieren die Tiere gegenüber den Menschen. Es gibt auch so wunderschöne Sachen eben, wo Tiere aufs Ruhrgebiet schauen mit ihren Augen. Und das ist toll. Und den Kopf schütteln. Ja, es gibt da so eine Geschichte, wo also beispielsweise so eine Kröte jemandem hilft, einer Frau hilft, den passenden Mann zu finden. Bisschen märchenhaft, aber das klappt wirklich. Ja, also ich sag mal, die ganzen Parshipping-Portale sind ja voll von solchen Kröten, oder? Wie meinst du das denn jetzt wieder? Nein, wie könnte ich das meinen? Da gibt es auch immer einen, der vermittelt. Also die Kröte als Vermittler. Ich meine, das kennen wir doch schon aus Grimms-Märchen, oder? Ja. Ja, und der Benjamin beispielsweise, der erzählt von Schweinen. Gibt es ja gar nicht. Wieso denn von Schweinen? Ich denke, ihr habt einen Hund. Ja, jetzt haben wir einen Hund. Ach, und früher hattest du Schweine? Nein, ich hatte früher mal zwei Schweine. Ja, habe ich auch, aber die... Nein, so richtige kleine Hausschweinchen. Ja, also die Geschichte, das ist nicht meine eigene Geschichte, die ich da geschrieben habe, aber ich weiß, wie man mit Schweinen umgeht. Das ist ein bisschen anders als mit Hunden. Schweine haben doch ein bisschen andere Mentalität und man muss sich manchmal so ein bisschen an die Schweine anpassen. Okay. Also es gibt auch Leute, die passen sich an Hunde an. Hunde wollen das aber eigentlich nicht. Hunde wollen eigentlich mit dazugehören. Das Schwein nicht unbedingt. Sagt Dr. Dolittle vom linken Niederrhein. Sehr gut. Jetzt ist das ja ein Buch, was vom Cover her schon sehr, sehr bunt aussieht. Ich kenne ja sehr viele Bücher aus deinem Verlag, Werner. Das ist ein Titel, der spricht sofort an, finde ich. Also der springt einem ins Auge, weil das so schön bunt ist und auch mit der Illustration. Ist das extra so gewählt, weil man auch das Thema Tiergeschichten aus dem Ruhrgebiet hat? Hättest du so ein Cover vielleicht auch für ein eher historisches oder also geschichtliches oder politisches Thema wählen können? Das habe ich dem Benjamin überlassen. Und es ist so, dass so ein Zeichner, ein Illustrator, der prägt so ein Buch. Ich habe mit dem Benjamin schon einmal zusammengearbeitet und als mir klar wurde, dass ich gerne was über Tiere machen wollte, war mir sofort auch klar, wen ich als Illustrator ansprechen würde. Nämlich den Benjamin. Das heißt, du hast einen ganzen Fundus von Illustratoren, mit denen du arbeitest. Und je nachdem, wie die Thematik des Buches ist, suchst du dir halt, das ist natürlich interessant und nachvollziehbar, so zu arbeiten. Ja, und ich wusste in dem Augenblick, dass er was Tolles daraus macht und hat er auch gemacht. Tolle Idee. Super. Warum denn Tiergeschichten aus dem Ruhrgebiet? Wie kommt man denn auf so eine Idee? Oder ist die Idee an dich herangetragen worden? Nee, zwei Gründe. Erstmal, ich habe auch Tiere, ich habe Tauben und ich hatte auch viele Tiere, die mein Leben begleitet haben. Kaninchen, Hund und jetzt eben Tauben und die Tauben gehören zu meinem Leben. Also ich war heute Morgen beispielsweise… Wir waren ja zum Ruhrgebiet, da gibt es ja eine große Tradition hier im Ruhrgebiet, oder? Aber ich schicke die nicht mehr. Ich habe mal mit meinem Vater geschickt, das beste Jahr war 1966, da waren wir zweiter Reisevereinigungsmeister. Ich meine 67 war das beste Jahr. Für dich, bist du da geboren worden? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war glaube ich nie mehr finanziell so gut ausgestattet wie diesem Jahr 66. Echt? Durch Tauben? Ja, man kann ja darauf wetten, das gibt es auch noch. Es gab damals in Bottrop 51 Vereine. Wir waren im Verein 51, der hieß Tempo. Und ich war später in meinem Leben nie mehr in einem Verein und ich hatte auch nie eine Funktion. Bei Tempo hatte ich eine Funktion. Ich musste nämlich die Einsatzlisten führen. Ich war also sowas wie Kassierer. Und das war also, 66 war ein tolles Jahr. Wir haben also richtig Geld gemacht. Mit Taubenrennen? Ja. Oder Tauben, wie nennt man das denn überhaupt? Taubenwettfliegen? Wettfliegen, ja. Taubenfliegen, Wettfliegenflüge. Es gibt dann so kurze Flüge, die fangen irgendwo an, so irgendwo in Nordschlussland. Und der letzte, der brutalste Flug war nach Skagen. Skagrak. Das ist von also 800. Skagrak. Nee, aber fast, ja. 800 Kilometer. Da wartete man allerdings teilweise auch zwei Tage dann, bis die kamen. Und wie macht man das? Man setzt sich da hin, trinkt einen Grock nach dem anderen und wartet auf die Taube? Wir hatten damals um unseren Hof rum diverse Taubenzüchter. Die waren dann teilweise da und man sah die ja auch kommen. Mein Vater konnte erkennen, wenn eine Taube kam, ob die zu unserem Schlag gehört hat oder zu dem Schlag daneben. Ja, klar. Wie erkennt man denn eine Taube? Am Flug oder was? Am Muster vielleicht? Ja. Aber auch am Flug. Ja, aber wenn die weit weg ist. Ja. Ja. Wie hoch fliegt eigentlich so eine Taube? Das weiß ich nicht. Aber weit fliegt so offensichtlich. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wie ist das denn mit Taubenzucht? Kann man da auch viel Geld mit verdienen? Oder ist das auch vorbei? Das ist auch vorbei. Also es gab damals 51 Vereine. Nur in Bottrop hast du gesagt. Ja. Also vor allem in Bottrop. Das heißt, es waren also zumindest... Wenn man Proverein 10, es waren wahrscheinlich mehr 500 Leute. Heute sind es kaum noch 51 Züchter. Das heißt, die legen jetzt diese Reisevereinigung Bottrop mit der Reisevereinigung Gladbeck zusammen, um noch genug Züchter zu haben. Und wir hatten auf unserem Hof teilweise auch den Bus stehen. Das war ein Riesenteil, mit dem die Tauben dann zum Auflassort gefahren wurden. Ach. Das heißt, die Reisevereinigung war auch so, in anderen Abführungen, reich, sich so einen eigenen Bus zu kaufen. Ein Reisebus für Tauben. Ja. Und da waren dann überall so kleine Käfige drin oder was? Nur für den Transport? Ja. Und samstags, beziehungsweise bei den ganz langen Touren freitags, wurden die eingesetzt. Da gab es so ein Einsatzlokal. Da bekamen die Tauben dann einen Gummiring. Ich dachte, der ist mal schluss. Die haben also einen normalen Ring, einen Gummiring. Und wenn die zurückkamen, nahm man diesen Gummiring und steckte diesen Gummiring in einer Hülse, in eine Konstatieruhr. Die drehte man um. Und dann wurde die jeweilige Zeit konstatiert, also festgehalten. Ja. Und man brachte die Uhr dann wieder zu diesem Einsatzlokal. Die war verbläumt, die wurde geöffnet. Und dann wurde aus diesen Zeiten, das war also ganz kompliziert, auch wo der Schlag lag, kann man dazu oder Abzug von der Zeit und sowas, wurde eine Liste erstellt, die kam mittwochs raus. Und da waren dann auch die Preise drin. Nee. Also es war toll. Also wurde ein Aufwand betrieben wie heute mit Rennpferden oder was? Ja, es ist genauso. Super. Also es war... Die Taube, das Rennpferd von gestern. Und die haben gezockt wie noch was. Das ist cool. Und wenn die Tauben gut kamen oder auch schlecht kamen, in der Regel waren dann alle Taubenzüchter ab Sonntagnachmittag verschwunden. Bis montags. Und zwar in irgendwelchen Kneipen und haben dann sich... Also haben nur die Taubenzüchter gezockt oder waren das auch andere Leute, die dazu kamen und sehen wollten, wer gewonnen hat oder welche Taube... Nee, das war so eine eigene Clique schon. Das waren wirklich... Die kannten sich auch alle untereinander und auch die Vereine standen in Konkurrenz zueinander. Also unser Vereinsvorsitzender hat immer geguckt auch, wo die Leute aus dem Verein in den Listen waren, ob die ganz hoch waren und so weiter. Gab es dann auch so berühmte Tauben? Ja. So wie bei den Pferden irgendwie Fury oder so? Also die kamen in der Regel aus Belgien. Der Hund. Belgische Tauben. Das? Ja. Das waren so richtig. Da wurde dann gekauft. Und es gab wie überall Beschissene. Das heißt, es wurde mit den Uhren teilweise beschissen. Es gab also auch so ein paar Skandale. Und, das darf ich eigentlich gar nicht, es gab den sogenannten Eierklau. Was? Das heißt, von guten Tauben. Mein Vater hat nie jemanden auf den Taubenschlag gelassen. Ah, weil sonst die Eier geklaut worden wären. Da haben die die Eier ausgetauscht. Das heißt also, wenn da gute Tauben waren, haben die plötzlich Eier ausgebrütet, die irgendjemand mitgebracht hat. Nein. Eine Geschichte, die kann er erzählen. Der hatte dann irgendwann so einen Helfer. Und mir war der von vornherein obskur. Ich will den Jamen jetzt hier nicht nennen. Der hatte auch schon obskuren Namen. Und dieser Helfer hat offensichtlich dann in den guten Jahren irgendwie Eier geklaut. Und hat seinen Schwiegersohn, hat die dem Schwiegersohn gegeben und uns die Scheiß-Eier runtergebracht. Damit der Schwiegersohn auch mal ein paar Eier hatte. Ja. Der Schwiegersohn hat dann auch gut geschickt. Was hat man dadurch für einen Verlust gemacht, wenn so ein Ei geklaut wurde? Oder wenn sogar mehrere geklaut wurden? Die gingen davon aus, dass die guten Tauben auch gute Junge waren würden. Das heißt, es wurde auch dann, Tauben sind monogam. Aber es wurden dann auch gute Weibchen mit guten Männchen zusammengesetzt. Und man erwartet daraus, dass da gute Kinder, also schnell fliegende Kinder rausgaben. Das hat alles was mit Federbau und Muskulatur und sowas zu tun. Ich habe da wenig Ahnung von gehabt. Ich fand die immer alle sympathisch. Und bei mir, ich hatte also dann auch so einen eigenen Schlag, die waren alle sehr zahm. Das Gute dabei ist, wenn Tauben kamen, die haben sich dann teilweise, da kriegten Leute wirklich einen Herzinfarkt, die kamen dann runter, saßen auf dem Schlag, kamen aber nicht rein. Das heißt, man konnte denen einen Gummiring nie abnehmen. Bei mir, die waren so zahm, wenn die runterkamen, die kamen sofort reingestürzt. Und die hatten auch keine Angst vor mir oder sowas. Aber es war nachher so, dass, achso, da soll ich vielleicht noch erzählen, Tauben wurden auch gedobt. Es gab Doping. Es ist kein Spaß. Ja klar, mit Kaffeebohnen, mit allem möglichen, was man sich denken konnte. Sachen aus der Apotheke, Pillen und sowas. Ja, es ging richtig um Geld. Und was hat am besten funktioniert? Also meine Tauben wurden, kann ich jetzt mit Fuglundsrecht sagen, meine 20, die ich hatte, wurden nie gedobt. Das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe nur gefragt, was wirklich funktioniert hat. Kaffeebohnen wohl. Kaffeebohnen? Hat man damals erzählt, ja. Man hat sich abgegangen wie Schmitzgatze. Ja, genau das. Es ist, also ja, ich weiß nicht, was da jetzt in den Tauben passierte oder ob die dann möglicherweise nicht überlebt haben und so. Ich komme nochmal zu meinen zurück. Meine Tauben werden nicht mehr geschickt. Die leben ihr schönes... Gibt es denn diese Wettrennen immer noch? Ja, aber eben, nicht mehr 51 Vereine, sondern eben 50 Leute nur noch. Ach so. Die Taubenzucht stirbt aus. Wann ging denn so der Niedergang der Taubenzucht los? Mit dem Niedergang, nein, das ist so, dass viele Leute hatten in ihrem Gärtchen oder aber oben in der zweiten Etage, also irgendwie in einem ausgebauten Raum oben ihre Tauben. So ein Taubenschlag, ne? Aber als die Häuser, diese alten Zechenhäuser dann auch teilweise verkauft wurden, beispielsweise, wir hatten so einen Bereich bei uns, Kellermannstraße zum Bahnhof hin, da waren unglaublich viele Taubenzüchter. Da leben jetzt nur noch Türken. Die haben keine Tauben in der Regel. Das heißt, die Möglichkeiten überhaupt, einen Taubenschlag zu haben, das gibt es nicht mehr. Oder auch eben riesengroße Gärten, wo tolle ausgebaute Taubenschläge waren. Das verschwindet also eine ganze Kultur, so gesehen, die auch mal wichtig war fürs Ruhrgebiet. Und auch die eine gewisse Identität gestiftet hat, ganz sicher. Und das war so eben das Rennpferd des kleinen Mannes. Das war so eine Kultur, die also auch von unten kam und auch ganz eigene Gesetze hatte. Aber jetzt sang ja vor 30 oder 35 Jahren Hans Harz schon diesen großen Song, die weißen Tauben sind müde. Will man den Tauben nicht auch diese Ruhe jetzt endlich mal gönnen, nach all diesen Jahren des Rennens? Und die weißen Tauben, das sind ja in der Regel die Friedenstauben. Die normalen Tauben, die die Taubenzüchter hatten, das müssen ja nicht unbedingt weiße gewesen sein, oder? Es ist so, hat man mir erzählt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wahrscheinlich stimmt. Tauben, die weiß sind oder auch nur teilweise weiß, so gescheckt sind, die werden in der Luft schneller gesehen von beispielsweise Habichten. Ja, und der Habicht ist der taube Feind. Ja, und das heißt, man sagte mir das. Ich musste einfach die Lebenserwartung dieser Tauben nicht, weil sie irgendwie einen Herzinfarkt kriegen oder so, sondern weil sie also den Feinden zum Opfer fallen, ist geringer. Und deshalb, also wir hatten unter den guten Tauben damals, da war kein Scheck bei, also Scheck nimmt man diese Scheck. Auf meinem Taubenschlag hängen die ganzen alten Urkunden. Und zwar war es so, wenn man dann, also beispielsweise zweiter Reisevereinigungsmeister war, da kam dann ein Fotograf und hat die Tauben fotografiert und auf ein Bild montiert, 66, ne? Das ist eine riesengroße Urkunde. Auf so einen Schergen. Da standen da Boschmann und so und so und so und so viel Preise, zweiter Reisevereinigungsmeister, ne? Sehr cool. Da war man dann stolz natürlich. Also, da habe ich die Geschichte auch nochmal, dass ich das Gymnasium bestanden habe. Lag an der Taube. Ja. Wie das? Die Geschichten stehen aber nicht im Buch, oder? Die Spickzettel in den Klassenraum geflogen. Ich hatte in der Klassenstufe 10 und in der Klassenstufe 9 jeweils vier blaue Briefe. An der Stelle muss ich kurz unterbrechen und allen nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern sagen, das, was jetzt kommt, bitte nicht nachmachen. Meine Mutter ist zum Elternsprechtag gegangen und ich hatte einen Lehrer, ich war Physik, Chemie, war so ein riesengroßer Typ und wenn ich da vorne kann, ich hatte auch Angst vor dem und so was. Ich habe auch nichts gemacht. Also, ich habe auch nichts gemacht. Und da hatte meine Mutter dem erzählt, dass wir Tauben hätten und ich bekam ab da, ich bekam immer einen blauen Brief, aber ich habe nie eine 5 gekriegt. Und der nannte mich immer in der Klasse den Taubenzüchter. Das habe ich dem zu verdanken. Ich glaube, er hat gesagt, das arme Schwein Boschmann, das lassen wir nicht hängen, der ist Taubenzüchter. Und ich habe mein Abitur geschafft. Sauber. Die Taube ist doch zu großem berufen. Oder Beruf zu großem, muss man ja auch sagen. Super, ein Loblied auf die Taube. Eigentlich wollten wir ja über Literatur sprechen. Ja, wir können ja nochmal so einen Bogen schlagen. Sind Tauben in dem Buch vorhanden? Kommen da Geschichten vor, wo Tauben... Diverse Taubengeschichten. Diverse Taubengeschichten. Und eine tolle Geschichte von dem Joachim Witkowski, der hat die Sprache der Taubenzüchter beschrieben. Es gibt dort ein eigenes Vokabular. Ich nehme nur ein Beispiel. Das Wort Konkurs, da zuckt natürlich heutzutage jeder zusammen. Das ist in der Taubensprache, der erklärt auch, wo das herkommt. Französisch und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist die Zeit, in der man noch einen Preis bekommt. Es war so, wenn tausend Tauben gestartet sind, bekamen 250, also ein Viertel, diesen Preis. Und der Konkurs ist die Zeit, in der eine Taube einen Preis zu diesen ersten 25 Prozent gehört. Okay. Und es gibt also, wie gesagt, da gibt es noch ein... Ist das nicht nur ein Tiergeschichtenbuch, sondern auch ein etymologisches Wörterbuch? Durch den Joachim Witkowski. Und dann gebe ich noch ein... Es gibt den Begriff Schwanzpreis. Ja. Das sind die letzten 10 Prozent, die also gerade noch in den Konkurs reinrutschen. Also in diese Zeit reinrutschen. Also die 10 Prozent von den ersten 25 Prozent. Ja, ungefähr. Also wenn man am Schluss gerade noch so in dieses Preisfürdigen von 20 Prozent reinrutscht. dann nennt man diese den Schwanzpreis. Hammer. Und der erste ist eben der erste Konkurs. Das heißt, das ist derjenige, der innerhalb der Zeit als Erster angekommen ist. Und... Also das ist... Spannend. Also Wissenschaft für sich, wie wir lernen. Ja. Und was war denn der Auslöser für dieses Buch? War das eine Taubengeschichte oder hattest du da irgendwas Spezielles vor Augen? Ja. Ich habe im letzten Jahr was gemacht über Vorbilder. Ja. Das war ein tolles Buch. Aber das konnte ich ganz, ganz schwer verkaufen. Okay. Und ich glaube, dass ich dieses Buch besser verkaufen kann. Auch in diesen Zeiten gerade, weil Tiere beliebter sind als Vorbilder... Ja, jetzt in dieser ganzen Corona-Krise, die Hundezüchter, die haben Wartelisten. Alle Leute, die jetzt alleine waren und gemerkt haben, hey, mir fehlt was im Leben, ich bräuchte einen treuen Freund, die haben sich Hunde gekauft. Und dementsprechend ist das... Deswegen ist der Park jetzt immer morgens so voll, wenn ich da mit meinem Anton durch die Gegend latsche. Deswegen ist das Interesse natürlich... Wir haben nämlich hier auch einen Bildungsauftrag. Das merkt man doch immer wieder. Da werden Geheimnisse gelüftet. Das ist das stark, ey. Echt? Wo hast du das denn gelesen? Oder selbst recherchiert? Das habe ich selbst recherchiert. Ah so, okay. Irre. Ach, nee. Nee, wusste ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, guck. Nee, also Bekannte wollten einen Hund kaufen, die haben das halt auch gemerkt. Also, das war quasi leer gekauft. Also, alle Züchter, die normalerweise... Echt? Ja. Ist das bei Tauben auch so? Gibt es auch eine Taubenwarteliste? Weiß ich nicht mehr. Ich bin also völlig raus aus dem Geschäft. Aber du hast selber noch Tauben. Ja, klar. Ich habe 50 Tauben, aber die schicke ich natürlich nicht. Sondern ich habe so einen Anarcho-Taubenschlag. Das heißt, das sind drei große Zimmer oder wie man die nennt. Die dürfen auch überall hingehen, alles Mögliche machen. Das Einzige, was ich reguliere, ist eben wie die Geburtenzahl. Ja, klar. Das heißt also, ich nehme denen die Eier weg und die kriegen dann so Gipseier. Da wird er geschoben, weil das ist... Und der Chef auf meinem Taubenschlag, das ist der Willi, der ist 15 Jahre alt. Und das ist für eine Taube uralt. Ja. Der ist seit 13 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Also die sind ja monogam. Seine erste Frau ist irgendwann nicht mehr wiedergekommen. Wer weiß warum, Willi? Was war da? Ja. Was war da los? Die war weg und... Wieder eine Kaffeebohne über den Durst geknabbert. Wenn ich morgens auf den Taubenschlag gehe, das ist so ein Ritual, der weiß das auch. Tauben essen unglaublich gerne Erdnüsse. Also ungesalzt, ungeröstet und so weiter und so weiter. Der Willi kriegt dann erstmal so ein klein gehacktes Nüsschen. Super. Und dann ist das okay, dann beginnt der Tag gut. Schön, das kann man sich vorstellen. Ja. Ja, super. Wie ist das denn, wir hatten das ja eben schon mal angesprochen jetzt, um die Kurve wieder zu bekommen. Wie ist das denn jetzt gerade so in Corona-Zeiten? Ich meine, das ganze Elend läuft ja jetzt schon ein halbes Jahr. mit dem Buchverkauf. Also ich glaube, jetzt einen Verlag zu führen, ist ja vielleicht gar nicht so einfach. Oder täusche ich mich? Ich bin da abhängig vom Umfeld. Letztlich von den Käufern, von den Buchhandlungen, von den Großhändlern und so weiter. Von Vertrieb, klar. Ja. Das System funktioniert noch. Ich weiß aber nicht, ob dieses System noch weiter funktioniert, wenn beispielsweise das Weihnachtsgeschäft in den Teich geht. Ich weiß nicht, was da nochmal passiert. Also ich meine, die Befürchtung steht ja quasi vor der Tür. Wenn jetzt so ein zweiter Lockdown kommt und dann auch die Buchläden zumachen müssen, dann denke ich, dass zumindest so für die Leute, die halt noch zum stationären Einzelhandel hingehen, dass das ganze Geschäft fällt dann ja weg. Und ob deine Bücher jetzt so viel über Online-Order verkauft werden? Nee, nee, das sind Mitnahmebücher und ich arbeite ganz eng mit den innergeführten Buchhandlungen zusammen. Und solange es die gibt, in dieser Form und dieser Anzahl noch, mache ich das auch sicherlich. Wenn es die nicht mehr gibt, ist mir die Basis auch genommen und da macht das ehrlich gedacht auch keinen Spaß mehr. Und was noch mehr reinhaut eben, ich habe keine Lesungen. Ich habe in der Regel, in dieser Zeit hätte ich ja irgendwie 50 Lesungen gehabt am März. Es gibt nichts mehr. Und A macht das Spaß und B sorgt das für Umsatz. Und C, die Leute reden da drüber und man kriegt ja auch was in der Zeitung und so weiter. Das ist alles weg. Also bei mir ist das so, ich plane im Moment konkret für nächstes Jahr nichts. Ich warte erst mal ab. Und ich habe in diesem Jahr die Zahl der Bücher, die ich ausgebracht habe, auch reduziert. Ich habe normalerweise so zwischen sechs und acht. Ich habe jetzt, wenn man es großzügig nimmt, mit einem neuen Produkt dazu, in so einer Schachtel, also ich mache so eine Art Bundle, habe ich noch fünf. Aber das ist auch, mehr würde ich mir auch nicht trauen. Weil ich weiß nicht, was läuft. Ja, ich kann mir zumindest vorstellen, dass ja auch die gesamte Öffentlichkeitsarbeit dadurch, dass letztlich die Live-Auftritte oder Lesungen, wenn die nicht mehr dabei sind, dass ja die gesamten Möglichkeiten auf sich aufmerksam zu machen, auch mit so einem neuen Buch, die sind ja extrem begrenzt. Ja, wobei ich noch mal eins sagen muss, ich habe Unterstützung bekommen. Okay. Vor einem Jahr war ich da noch ein bisschen skeptischer und habe auch was Skeptisches dabei gesagt. Aber ich sage es mal konkret, also durch die Zeitung des Ruhrgebiets. Ja. Ich hatte im letzten Jahr auch gute Produkte, sonst hätten die halt auch nicht gemacht. Aber ich habe dort Unterstützung bekommen, was mir also auch vom Umsatz her richtig geholfen hat. Also sowohl die Corona-Richtung. Hat der Fokus sich da wieder mehr hin verschoben, dass man auf lokale Produkte, Bücher und was an Kultur so geht? Das weiß ich nicht. Also ich kann ja nur jetzt von mir sagen, es war toll. Es waren zwei Bücher, die so richtig toll waren in der WAZ, als auch bei den Ruhrnachrichten. Und das hat mir richtig geholfen. Aber so würde ich ja letztlich auch ein Lokal- oder Regionalmedium verstehen, dass die sich dann um die eigene Kultur, die hier produziert wird und publiziert wird, auch ein bisschen kümmern. Und ich weiß, dass es lange Jahre anders war, dass bestimmte Verlage, bestimmte Veröffentlichungen einfach nicht zur Kenntnis genommen wurden oder nur in ganz geringem Umfang. Ja, vielleicht gibt es jetzt halt wirklich so ein bisschen Rückbesinnung auf das, was unsere Kultur halt ausmacht. Weiß ich nicht. Was macht unsere Kultur denn aus? Ja, zum Beispiel die Taubenzüchter. Also das ist ja jetzt eine richtig interessante Folge, dass wir so viel darüber gehört haben. Also ich wusste davon vieles nicht. Und ich freue mich darüber, dass ich das gehört habe. Das macht natürlich auch wieder Interesse. Also ich weiß nicht, früher, wenn man auf Tauben gewettet hat und das so ein richtiges Event war, dann hat das natürlich auch jeder so mitgekriegt irgendwie. Oder zumindest eine große Gruppe. Ja. Und heutzutage, also. Ja, Dorfgespräch, oder? Ich weiß nicht, was die ehemaligen Taubenzüchter und Taubenwetter und so dann gemacht haben, statt auf Tauben zu wetten und sich damit zu beschäftigen. Aber vielleicht denken sich jetzt einige Leute, wenn die diesen Podcast hören, boah, das ist doch eigentlich total interessant. Vielleicht möchte ich auch Taubenzüchter werden oder sowas. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade, ihr habt das mitbekommen, meinen Prospekt für dich gemacht. Ich habe den ein bisschen anders aufgezogen mit Gespräch. Und der Stefan Laurin, der auch hier war, der hat so eine interessante Sache gesagt, gute Ideen werden im Ruhrgebiet sehr oft nicht wahrgenommen. Ich schließe mich jetzt einmal aus, ich bin ja ein kleines Licht, aber das geht auch von oben runter. Es gibt auch bei Leuten, die richtig Macht haben, die was zu sagen haben, gute Ideen, nur die werden, wenn es nicht ins Schema passt, dass alles so bleibt, wie es ist, dass also niemand seinen Posten verliert, niemand seinen Einfluss verliert. Wenn das in Frage gestellt wird, kann man noch so eine gute Idee haben, die wird nicht wahrgenommen. Und das Zweite ist, das Ruhrgebiet spielt natürlich mit Abhängigkeiten. Abhängigkeiten. Inwiefern? Das Ganze ist ein Geflecht von Abhängigkeiten. Ich kann mich da nicht ganz rausziehen. Aber ich versuche, die Abhängigkeiten nicht als Abhängigkeiten, sondern als Zusammenarbeit darstellen zu lassen. Ich vertrage also auch von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, mal nein. Nein, das ist okay, wenn jemand sagt, das kann ich nicht machen oder so. Das ist in den Strukturen, beispielsweise in den Wirtschaftspflichten, weiß ich nicht, aber in den politischen Strukturen nicht so. Das ist ein System der absoluten Abhängigkeit. Und wenn man nicht zu diesem System gehört oder nicht in diesem System sein will, weil ich auf mich beziehe, dann hat man es schwerer als andere, weil ich auch akzeptiere. Es ist okay so, es ist okay so. Nur auf der anderen Seite kann ich machen, was ich will. Und ich kann auch mit Zusammenarbeit mit wem ich will und das ist eine unglaubliche Freiheit. Genau das sagt der Stefan Lorin auch. Er bezieht es aber dann sehr stark auf die Politik. Das ist korrekt, ja. Aber es ist nicht nur die Politik, sondern diese Systeme gibt es letztlich. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist, aber ich glaube, dass es im Ruhrgebiet ein großer Hemmschuh ist, dass sich hier etwas entwickelt. Ich nehme mal ein Beispiel, nennt auch der Lorin. Der Zusammenschluss, ich nehme mal was von oben, der Zusammenschluss der ganzen Nahverkehrsunternehmen. Das ist politisch gefordert worden, zum Beispiel von einem Mann, der hier viel zu sagen hat, das ist der Herr Petzl, der ist der Chef der Emscher-Genossenschaft. Das ist sofort ad acta gelegt worden, obwohl der das gesagt hat. Weil eben ganz viele Leute ihre Posten verlieren würden, ganz viele Leute ihren Einfluss verlieren würden in diesem Klein-Klein und so. Hat das auch was mit der Parteienlandschaft zu tun? Ja, klar. In Bottrop, bei der nächsten Wahl, stellt, und das wage ich kaum zu sagen hier, stellt die CDU keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten auf. Ja, aber das ist undemokratisch, das ist irgendwie ein Eingeständnis der Unfähigkeit und so. Die machen das einfach nicht. Die sagen, der SPD-Mann, mit dem wir da in anderen Abführungen zusammenzuarbeiten, das ist natürlich viel, viel mehr. Ja, klar. Den solltet ihr wählen. Das ist, ich meine, mehr Eingeständnis geht ja gar nicht. Ja, klar. Und allerdings beziehe ich mich jetzt nochmal auf Lorien. Der Lorien schreibt in dem Prospekt oder sagt in diesem Gespräch, was ihm geführt hat, dass er nicht glaubt, dass sich etwas ändern wird. Ich habe da immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass sich die Strukturen irgendwann mal aufbrechen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Struktur in Bottrop anschaue, da habe ich keine Hoffnung mehr. Wir sind jetzt gerade hier gefahren, wenn ich das Bild unseres Oberbürgermeisters Tischler, der jeden Tag in der Zeitung ist, der zu jedem sinnvollen oder unsinnigen Teil da irgendwo erscheint. Wenn ich die Plakate jetzt aus Bottrop rausfülle, dann wird mir ganz anders. Ganz ehrlich, das ist sowas von herrschaftlich und ich schenke mir da irgendwelche Vergleiche, aber es ist grausig, ganz grausig. Okay, aber jetzt sind wir ja bei einer anderen Diskussion. Also das ist ja jetzt, du hast den Stefan Lorien ja mehrfach angeführt, auch ein neues Buch in deinem Verlag, der Untergang der SPD, Gott hilf uns oder Gott steh uns bei, wie heißt das gleich? Das ist ein Zitat von dem Münteferien, Beten Sie für uns. Beten Sie für uns, sowas. Hat er mal beim Katholikentag irgendwann Anu Thurwack gesagt. Ja nun, hat er ja recht gehabt. Ja. Wenn man sich die aktuellen Werte mal so anschaut. Ja, also es gibt viele Leute, die Politik verdrossen sind. Die SPD kämpft ja damit, dass viele Leute austreten. Also vielleicht kommt da ja noch mal was von unten, dass sich einige jüngere Leute vielleicht zusammenschließen, eine eigene Partei gründen und mal was Neues machen. Ich glaube das nicht. Weißt du warum? Weil Politik machen zu einem Job geworden ist. Und Politik machen hat ja eigentlich eine andere Tradition. Die Bürgermeister waren bis tief in die 70er Jahre waren das Ehrenamtler. So und mittlerweile ist das ja ein Karriereprodukt. Leute gehen heute auf die Verwaltungsfachschule, studieren irgendeinen Quatsch da, wie Verwaltung funktioniert und gehen dann in die Berufspolitik. Das sind ja keine Menschen oder ich weiß, dass ich jetzt vielen Leuten was unterstelle, aber ich sage einfach mal, das ist ein Karriereweg geworden. Also es sind quasi nur noch Bürokraten und keine Politiker. Ja, persönliche Ambitionen möchte ich da häufig gar nicht mehr unterstellen. Okay, gut. Also der Wunsch, etwas zu verändern oder positiv Einfluss zu nehmen oder so, wo ist denn der bei den Leuten, die da aktuell irgendwo in Rathäusern oder sonstigen Abteilungen sitzen? Die machen einen Job. Die machen einen Job, so wie andere Leute an eine Schippe gehen und wieder andere Leute an den Schreibtisch und irgendwelche Formulare für einen Rechtsanwalt ausfüllen. Ich sehe das ganz genauso wie du. Und das Schlimme ist, das sind keine bösen Menschen, ich kenne auch einige von denen persönlich, auch im Wort, ich beziehe das immer auf den Wort drauf, aber es sind Dilettanten. Das heißt, sie sind für das, was sie tun, nicht qualifiziert, sondern sie haben durch Beziehung ein Pöstchen bekommen. Genau. Und dieser Dilettantismus, der macht so viel kaputt. Das heißt, auf diesen wichtigen Posten, die die bekleiden, müssten ganz andere Leute sitzen. Nur die gehen nicht zu diesen Posten, weil diese Leute sich nicht so unterordnen wollen, nicht in diesen Gang liegen. Ich glaube, eines der großen Probleme im aktuellen Polizirkus ist, dass keiner für irgendwas Verantwortung übernimmt. Also alle, die man auch im Bereich der großen Politik sieht oder so, sichern sich ja permanent nur ab, der ist da nicht schuld und das wusste er nicht und da hat keiner was gesehen. Sieht man ja jetzt aktuell, Wirecard-Skandal, ich meine, der macht es ja wirklich deutlich. Es übernimmt keiner mehr Verantwortung für sein Tun und dann wird ja letztlich auch alles irgendwie egal. Hauptsache man selber behält seinen Posten und bekommt seine monatlichen Diäten und was nicht all. Auf jeden Fall extrem viel Geld für einen normalen Arbeiter. Und das ist weg. Also die Leute mit Überzeugung, wo sind die denn? Wo sind die? Ja, die nehmen wir nicht so wahr. Die sind nicht in den Medien, die sind nicht in der Politik und machen was. Ja, vielleicht werden die auch nicht hochgelassen. Kann ja durchaus sein. Aber ich glaube, dieses Selbstverständnis des Politikers als Jobausführenden ist viel zu stark mittlerweile. Will da einer was verändern? Will da einer wirklich einen Schritt in eine Modernisierung starten oder so? Ja, wenn er was dran verdienen kann vielleicht. Aber ich sage mal so, dieses altruistische Motiv, wo ist denn das? Bürgermeister waren früher Ehrenamtler. Die haben tagsüber gepuckelt und sind dann ab Nachmittags, haben die dann den Bürgermeister gemacht. Oder sind nur noch Halbtagsarbeiten gegangen oder so. Haben sich dann um ihren Hof gekümmert oder sonst irgendwas. Aber das waren Leute, die Verantwortung für ihr Tun übernommen haben. Dass das heute so vielleicht in der Form gar nicht mehr möglich ist, weil viele, viele, viele Aufgaben dazugekommen sind, geschenkt. Aber muss das darauf hinauslaufen, dass es ein reines Karrieremodell geworden ist? Ja, offenbar ist es ja das schon. Jetzt wäre die Frage, wie kriegt man das wieder in eine andere Richtung gedreht? Also denen jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt euch wählen lassen, um eure Bezüge abzuschaffen. Das würde ja keiner machen. Ich glaube auch nicht, dass es einen Weg zurück gibt. Aber vielleicht gibt es ja einen Weg hin zu einer verantwortungsvollen Politik. Oder hin zu einem Typus Politiker, ob Männlein oder Weiblein, ist ja völlig egal jetzt. Der Verantwortung übernimmt für sein Tun. Der etwas erreichen will, außerhalb der persönlichen Karriere. Der eine Vision hat. Jetzt kommen wieder welche und sagen, da möchte ich mal Schmidt zitieren, der sagte, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das war ein Scheißspruch. Also es muss doch Leute mit Ideen geben. Es muss doch Leute geben, die was erreichen wollen, neben der persönlichen Karriere, sondern die was entwickeln wollen. Und das sehe ich aktuell überhaupt nicht. Ich sehe nur noch Leute, die Plattitüden abdrücken. Man unterhält sich nur noch in Symbolen und Zeichen. Und wenn man dann fragt, was heißt das denn? Wohnen. Was meinst du denn mit wohnen? Oder was meinst du denn mit lebenswert? Dann kommt da nichts. Also die Inhalte fehlen doch völlig. Und das finde ich ist... Ja, da können wir mal sehen. Da sind wir jetzt über ein Buch mit Tieren auf Politik gekommen. Das ist auch eine Leistung. Der Tauber war schuld. Ja, aber es ist doch eine tolle Diskussion. Also da kann man doch mal weiter dran arbeiten. Ich nehme mal was Positives, was ich gestern gelesen habe. Bei den Ruhrwohnen, der Peter Ansmann, der schreibt da, der hat was geschrieben über einen solchen Bürgermeister, SPD, in Wannheimer Ort. Und das ist toll. Erstmal ist das toll geschrieben. Aber das ist nur so einer von der alten Sorte. Der beschreibt ja eine Gip mit dem durch Wannheimer Ort. Der braucht irgendwie zwei Stunden, um eine Straße runterzugehen, weil dieser Bürgermeister permanent angesprochen wird. Ey Willi, du da hinten, du kannst du mal und so. Ja, das ist toll, dass es das gibt. Diese Typen gibt es wahrscheinlich noch. Aber in Wannheimer Ort eben. Oder in Wannheimer Ort eben. Ja, ja gut. Oder in Wannheimer Ebel. Die können sich wahrscheinlich nur noch auf ihrem ganz kleinen lokalen Bereich durchsetzen oder überhaupt dort stattfinden. Und sobald es, ich sag mal, stadtweit wird oder sogar überregional wird, wird es diese Typen wahrscheinlich nicht mehr geben. Weil dann andere Qualitäten ja auch gefragt sind. Und noch einmal zu dem, dass diese Leute, diese Impressionen sind, wenn ich so etwas hätte, würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Klar, Verteidigende, der hat mit Zähnen und Klauen und sowas, die haben ja keine Alternative. Das heißt, sie sind Berufspolitiker, aber wenn sie das nicht wären, wären sie, die haben ja in der Regel keinen Beruf oder irgendwie sowas. Und es sind teilweise auch einfach Pfeifen. Das heißt, Dilettanten, die in diesen Job gelandet sind, weil sie durch ein Pöstchen bestallt sind. Und das, was ich im Portaum sehe, was mir noch mehr das Gruseln bringt, irgendwie, das geht generationsübergreifend. Wenn ich da mal google, wer da irgendwo Neues dies oder das hat, ist immer der Sohn von irgendeinem, der da schon mal irgendwo war und so. Ah, das ist, ja gut, ich bin ja hilflos, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, ich kann da nichts gegen machen oder, aber wenn ich es wahrnehme, gruselt mir das. Ja, jetzt sitzen wir hier und sind wortlos oder sprachlos, obwohl so sprachlos sind wir ja eigentlich nicht. Wir haben ja schon eine ganze Menge besprochen. Wir kamen vom Tiergeschichtenbuch über einen großen Taubenexkurs im Ruhrgebiet. Die Taube als Identifikationsfigur fürs Ruhrgebiet ja letztlich auch, sind dann doch sehr politisch geworden, ausgelöst letztlich ja auch durch das Buch von Stefan Laurin. Was bringt uns denn die nächste Zukunft, was bringt uns das nächste Jahr vom Verlag Henselowski-Boschmann? Also ich warte ab, ich gebe alles, ich habe noch ein Buch, das heißt, das ist ein tolles Teil, Bundesland 17, da geht es um Zukunftsvisionen des Ruhrgebietes. Oh, stell das doch mal kurz vor, das ist doch spannend, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Tolles Cover. Das heißt Atlantis Rückwärts, das hat die Susi Lilienfeld illustriert. Ja, sehr schön. Da sind Leute drin, die über die Zukunft des Ruhrgebietes schreiben, das Ganze hängt auch zusammen. Es gibt also beispielsweise einen Wikipedia-Artikel, der diese ganzen Ereignisse auch zeigt. Ich habe beide Bücher in einem neuen Format gedruckt, die sehen richtig schnuckelig aus. Ja, sieht man ja auch. Die kosten 14,90, schön gebunden. Lange Rede kurz, ich gebe alles. Ich gebe wirklich alles, alles, was mir möglich ist und am 1. Dezember meinen Strich drunter. Und da sage ich, okay, was ist rumgekommen, was ist nicht rumgekommen. Und ich liebe es, Bücher zu machen. Das macht mir manchmal einfach Spaß. Das machst du ja auch schon lange. Ja, 35 Jahre. Sehr gut. 35 Jahre schon, mein Gott. Aber dann wird ja das Ruhrgebiet noch wieder was Großes verlieren, wenn du auch noch aufhörst. Nein, nein. Nein, ich habe dir das schon mal erzählt, wenn ich das mache, dann verschwinde ich einfach. Ich bin einfach weg. Ich will dann alles an. Nein, es gibt Dinge, die sich überlebt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat sich das überlebt und dann ist es okay. Also ich muss noch mal sagen, ich gebe alles, ich würde es gerne machen. Nur es ist widersinnig, etwas zu produzieren, für das es keine Abnehmer mehr gibt. Und das würde ich dann, also ich würde den Verlag noch zwei, drei Jahre weiterlaufen lassen. Aber nichts Neues mehr rausbringen. Nein, nichts Neues. Das heißt, das Abfallkorn, irgendwann würde ich den Vertrieb weitergeben und dann verschwinde ich einfach. Das ist aber auch okay. Also ich fände es sehr, sehr schade, weil mir persönlich würde natürlich was fehlen. Aber ich kann es auch total verstehen, mein Gott. Also Sachen verändern sich, Lebenswege entscheiden sich mitunter ja an ganz kleinen Ereignissen oder wie auch immer. Dann ist das halt so. Ich fände es schade, Benjamin, was würdest du sagen? Ich fände es auf jeden Fall auch schade. Also ihr Hörer da draußen, kauft gefälligst jetzt die Bücher von Herrn Solowski, wurschtet man damit, der noch bleibt. Wir hätten nichts, was das ersetzen könnte. Und das wäre sehr traurig. Nee, das ist dann, man braucht es nicht mehr. Ich finde schon, dass man das braucht. Also das Argument hört man ja häufiger, wenn sich Sachen vermeintlich überlebt haben. Ich finde schon, dass man bestimmte Dinge, nur weil sie vielleicht aktuell unpopulär geworden sind, trotzdem durchaus noch brauchen kann. Also ich persönlich brauche Bücher und ich brauche auch diese gebundenen Bücher. Meine Frau ist da zum Beispiel ganz anders. Die hat ihren Kindle und macht gar nichts anderes mehr. Also die kauft sich gar nichts gedrucktes mehr. Ich bin da noch komplett anders und ich bleibe das auch. Also natürlich gucke ich mir auch ab und zu so ein PDF-File an als Text, aber nur, wenn ich wirklich wissenschaftlich da was haben will und nicht irgendwie ein Lexikon brauche oder so. Aber so ein Buch ist doch ein Kulturgut. Das ist doch was ganz anderes als irgendeine blöde Reiß-mich-um-Datei, die ja häufig noch nicht mal billiger ist als ein gedrucktes Buch. Wie gesagt, ich muss noch mal sagen, das zu entscheiden tun die Käufer letztlich, aber auch dadurch, wo sie kaufen. Das heißt also, gibt es diese inhabergeführten Buchhandlungen in dieser Form nicht mehr. Machen einige der Buchhandlungen, mit denen ich seit ewigen Zeiten zusammenarbeite, zu oder signalisieren mir das, dann ist es so, dass ich die Standorte verliere. Ist denn da gerade auch so ein Generationenwandel in Gange? Ja. Und da wächst nichts nach oder zu wenig? Es ist, das hängt auch von den Umsätzen ab und die Umsätze im Buchhandel gehen zurück. Und wir haben eine Interessensvertretung, den Börsenverein, der sich mehr um die großen, wichtigen Dinge kümmert. Und ich glaube, dass nicht nur ich, sondern auch, was da so kreucht und fleucht in meiner Liga, dass denen das, bis auf die 450 Euro, die ich da im Jahr bezahle, dass denen das mehr oder weniger egal ist. Kein Vorwurf, das ist wahrscheinlich genauso wie in der Politik, die sorgen sich um ihre Pöstchen. Und da ist es natürlich wichtiger, wenn man die großen Namen bei der Stange hält. Als da wären, dann so ein Talia oder was auch. Talia oder so. Und auch die großen Verlage bei der Stange hält, also irgendein Krauthaus Bottrop. Das verstehe ich. Also ich verstehe die Mechanismen auch. Ich mache da auch keinerlei Vorwürfe oder so. Ich kann das nur registrieren und dass meine Interessen dadurch beispielsweise durch diesen Börsenverein eben nicht vertreten werden. Das ist kein Vorwurf, gar nichts. Wenn ich dieses Pöstchen hätte, würde ich wahrscheinlich das Gleiche tun, wie die das tun jetzt auch. Okay, das heißt also, die Zukunft ist ungewiss. Aber dieses Jahr hast du ja noch ein paar tolle Bücher rausgebracht. Und ich persönlich wünsche dir viele, viele tausend Käufer. Danke, ich gebe alles, wie gesagt. Ja, sehr gut. Ja, war sehr schön, dich in der Sendung zu haben. Das hat super viel Spaß gemacht. Mal wieder, muss man ja sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber einfach diese tollen Geschichten, die du mitbringst, man merkt halt einfach, wie viel Leidenschaft da drin steckt. Dankeschön. Genau. Das war der Ruhr-Podcast. Ja, mit einer sehr interessanten Sendung. Mein Name immer noch Frank Zepp Oberpichler. Mir gegenüber sitzt der. Benjamin Weder. Und unser Gast heute. Werner Boschmann aus Bottrop. Wunderbar. Das ist ein prima Schlusswort. Bis dahin. Danke. Tschüss. Ruhr-Podcast.